Es ist jetzt ein Auswärtssieg im Derby, Energie ist auf Rang 2 in der englischen Woche, sieben Spiele ungeschlagen. Was ist da gerade los? Ja, ich weiß es nicht. Wir spielen super Fußball, wir denken nur von Spiel zu Spiel, wir gucken nicht auf die Tabelle. Ja, und ich glaube auch nochmal ganz großes Lob an unsere Fans, die heute zahlreich erschienen sind und für die ist natürlich auch der Sieg. Wie haben Sie die Stimmung rundherum wahrgenommen heute? Gab ja auch Pyrotechnik dann in den beiden Blöcken, wie war das? Für mich gehört das dazu im Derby, muss ich ehrlich sagen. Das lebt von Emotionen und deswegen finde ich das gut. Noch ein Wort zur Stimmung, viele Energiefans im Block, am Ende gab es dann auch Pyrotechnik, auch eine Rakete in den Auer-Fan-Bereich. Wie haben Sie das wahrgenommen? Ja, natürlich unnötig, ich weiß nicht, was genau da vorgefallen ist, aber ich denke, wenn du als Auswärtsmannschaft 3-1 führst, dann kann man sich die Aktion natürlich auch sparen. Also noch ein Wort zur Stimmung insgesamt, auf beiden Seiten gab es auch Pyro, sehr laut war es. Die Stimmung hier war sensationell, gerade von unseren Fans fand ich nochmal ausverkaufter Auswärtsblock, Gänsehaut pur. Vielen lieben Dank und wir sehen uns dann beim Heimspielen.